Traue dich an Orte, von denen du bisher nur zu träumen gewagt hast. Entdecke Wasserfälle auf exotischen Inseln. Erkunde dystopische Planeten und wandle auf mystischen Pfaden. Willkommen bei Zero Latency. Bei Zero Latency in Hannover erwartet dich eine unvergleichliche Reise. Bowling und Minigolf waren gestern. Verschwinde lieber mit preisgekrönter Free-Roam-VR-Technologie in fremden Sphären. Reise bis ans Ende der Welt und noch viel weiter. Sammle Souvenirs und überfalle verlassene Raumschiffe. Oder suchst du doch eher nach Familienspaß? Dann lass dich von der virtuellen Natur beeindrucken. In dieser geheimnisvollen Welt sind die Dinge nicht ganz das, wonach sie aussehen. Wale können fliegen und die Wege verändern sich direkt vor deinen Augen. Erforsche alte Tempel, besichtige die Sehenswürdigkeiten und entkomme deinen Entführern Wars und seinen treuen Gefolgsleuten. Du bist tapfer genug? Okay, freue dich darauf, die liebenswürdigen Einheimischen kennenlernen zu dürfen. Diese fleischfressenden Zombies stellen deine Überlebensgünste mit Sicherheit auf eine harte Probe. Mitten im Herzen von Hannover bietet Zero Latency dir ein unvergleichbares VR-Erlebnis. Also, worauf wartest du noch? Der Maschsee und das neue Rathaus können jetzt einstecken. Buche eine Reise bei Zero Latency in Hannover. Dort wartet eine neue Welt auf dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017